Das ist der wahrscheinlich exklusivste 911er, den man kaufen konnte, denn das ist der Turbo S Exclusive Series und bei dem hatte man nicht nur die Option für 15.000 Euro Carbon-Felgen dazu zu bestellen, sondern für einen Neupreis ab 260.000 Euro wurde auch die Leistung des 3,8 Liter Sechszylinder Boxer Motors auf 607 PS erhöht. Und für mehr über den Turbo S macht das Plus weg.